ich begrüße euch herzlich beim teenchen heute zur auflösung meiner challenge zum thema maritim die ich gestattet hat auf meiner facebook seite hier seht ihr noch mal was ihr gewinnen könnt mitgemacht haben 13 leute eine glückszahl und ich lese euch jetzt noch mal vor wer dabei war andrea kittmann christine schmidt von christine kreativ gisela heidel loni rosen nicole von gönnt ihr was ines von gerberas bunte welt katja maschinovsky auch bekannt als bastelmaus nicole hanisch michelle des nina von ninas bastelstübchen meine freundin christine steffe steffi posch von crazy unicorn und penelope ho das waren die teilnehmerinnen vielen dank an euch alle fürs mitmachen alle namen sind hier drin hier ist euer gewinn aber um das ganze noch ein bisschen hinaus zu zögern werde ich euch jetzt von allen beiträgen noch mal fotos einblenden ich spiele euch den entertainer dazu das bringt ein bisschen stimmung und wenn ihr die gesehen habt dann ziehen wir den gewinner beziehungsweise die gewinnerin so 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 Musik 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 So, das waren die Beiträge, ich denke ihr seid genauso begeistert davon wie ich, denn es waren wirklich alles wunderschöne Sachen und nun ziehen wir die Gewinnerin, sind alle hier in meinem Glasschälchen drin, ich gucke nicht hin und nehme eins raus und gewonnen hat, die liebe Christine Schmidt von Christine Kreativ. Liebe Christine, du hast gewonnen, das Album geht dir nächste Woche zu, ich hoffe du hast damit Spaß und freust dich drüber und alle anderen nicht traurig sein, es wird noch öfter Challenges geben oder einfach nur Verlosungen und wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, freue ich mich auf euch und bis dahin bleibt mir gewogen, alles Liebe, macht es gut, tschüssi. Musik 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 Musik